Hallo, ihr Biebs, dieser Typ, der mal endlich wieder zum Friseur sollte, der auf einmal rote Haare hat, den man vor auf diesem Kanal eigentlich noch gar nicht gesehen hat. Dieser Typ, der sagte, ey Leute, da waren zwei Kanäle auf, da waren die ganz viele Videos hoch. Jeden Tag gibt's da ganz viele Videos. Hat eigentlich nicht so geklappt. Aber ich habe wirklich Videos produziert und ich glaube, das sind an die 100 Stück und die habe ich alle hochgeladen. Das letzte, glaube ich, vor zwei Jahren, die sind theoretisch alle verfügbar, nur ich war irgendwie zu faul, die freizuschalten. Und der Weg habe ich mir gedacht, für die Leute, die treu sind unter euch und für die Leute, die Bock drauf haben und für die Leute, die ein Däumchen nach oben geben unter diesem Video, die dieses Video teilen auf WhatsApp, auf keine Ahnung, man kann ja inzwischen auch bei WhatsApp teilen. Ich sehe das, ich sehe das, wenn ihr das teilt. Ja, kann ich, kann ich, kann ich, ich kann das sehen. Für die werde ich demnächst die Videos freischalten. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, dass hier ein paar Videos kommen werden, die ich freischalten werde. Die jetzt schon seit zwei Jahren darauf warten, freigeschaltet zu werden. Und lasst ein Däumchen nach oben da und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ach ja, bevor ich das vergesse, einige Videos werden den Namen Crap, Müll, irgendwas, keine Ahnung tragen. Das sind beispielsweise CSGO-Runden, die ich ganz lustig fand, die aber richtig scheiße waren, dass ich sie nicht hochladen konnte. Du spielst wie ein Silber-Doop. Ja, deswegen landen diese Runden hier. Also Videos, die ist definitiv nicht wert, sind auf meinen Hauptkanal hochzuladen, die ich trotzdem ganz amüsant fand. Deswegen kommen sie hier. Deswegen beschwert euch nicht über meinen Skill. Ich bin inzwischen besser. Schaut auf meinem Hauptkanal von meiner, könnt ihr meinen Skill, könnt ihr den beobachten. Kauft meinen Merch, der ist unter der Beschreibung verlinkt. Hau da rein. Nein! Komm her, Freundchen! Was willst du, hä? Du fress meine Gitarre! Ich spiel ein Solo für dich! Was machst du da? Ja, der Wegtreten! Nein! Du hast... Yes! Ja, ich werde hin zum Jack mit Blasen, Händen, Händen. Ich werde Stufen... Ich werde Stufen auf dich tritt. Ich werde Stufen auf dich schließen. H? Du hast...